ich darf nicht live gehen so bin ich jetzt live ich denke und ich hoffe es doch also falls schon jemand da ist gerne mal einen kurzen einen kurzen hinweis im chat geben wir müssen noch ein bisschen warten weil weil ich heute tatsächlich begleitung bekomme und zwar will der gute liebe tamjan der auch in den letzten livezimmer dabei war heute mit mir segeln ich warte jetzt bloß bis der gute mann hier ins spiel kommt und auf den discord damit wir ihn auch hören können vielleicht eventuell also falls jemand da ist gerne mal hallo schreiben falls schon jemand da ist falls noch keiner da ist ist auch okay dann bleibe ich geduldig ich ganz geduldig bis sich da jemand meldet vielleicht eventuell mal schauen ich gucke kurz auf meinem handy was denn da so los ist irgendwie irgendwie mag er mich nicht der client ich hoffe wir kriegen jetzt keine hier großartigen technischen schwierigkeiten vielleicht aber doch weil bis jetzt höre ich noch nichts und sehe auch noch nichts die die frage ist wo bleibt mein spielgefährte wo bleibt der nur er muss noch mal den rechner neu starten der böse das spiel möchte ihn nicht kann ich verstehen bei mir zieht es auch ein bisschen rum von daher alles gut also ich weiß auch gar nicht so genau was wir denn heute alles so machen eigentlich eigentlich wollte ich ja gemütlich 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 die 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 dingsbums da machen hier die nachforschung da ist ja noch hier die eschen korsair aber ich weiß nicht ob man das so gut in der gruppe spielen kann deswegen schauen wir einfach mal wir warten ein bisschen bis der gute tamian da ist und vielleicht machen wir auch einfach nur ein paar städte platt oder hier so eine koloniale lieferung oder irgendwas in diese richtung hier habe ich auf jeden fall eine quest heikle an die allianz und kann sich also nur noch um stunden handeln aber alles gut wir bleiben entspannt man muss sich ja nicht hetzen nicht wahr ich weiß nicht ob schon jemand was geschrieben hat denn in meiner chat anzeige steht nichts also bitte nicht wundern falls ich heute arrogant bin irgendwie scheint der chat bei mir heute nicht so zu wollen wie ich will kommen wir zum geschäft so die kann ich abgeben gucke mal das ist ja toll ein gerechter lohnt möchte ich nicht möchte ich nicht aber tatsächlich kann ich jetzt also ich habe vorhin heute mittag irgendwie kurz darüber nachgedacht wie lange ich dieses spiel spielen möchte also ich werde es wohl noch eine weile spielen aber ich habe auch festgestellt der content den man hier über die quests und so kriegt der ist der wäre dann quasi zu ende also viel mehr kann ich kann nur noch dailies machen und ja das kann ich nicht machen immer weg da scheiß meldung scheiß blöde meldung weißer schädel rum kann ich machen also quasi nur noch dailies und das war es auch dann auch schon mehr ist tatsächlich nicht mehr in diesem spiel als an content vorhanden ich hätte mir gewünscht dass da irgendwas noch kommt in der ersten season aber nein Ubisoft war ungenedig very ungenedig und hat nur zwei weitere dailies eine daily und einen endgegner hinzugefügt was ähm jetzt nicht so überrauschend ist ehrlich gesagt mal schauen ich gucke noch mal auf mein schlaues handy ja zwei leute haben schon hallo geschrieben das ist schön das freut mich aber der rest halt nicht ne weil ich hier einfach nicht sehe ich kann mal gucken kann mal gucken zeitstempel teilnehmer ja ich sehe auch teilnehmer aber ich sehe nichts im chat ich schreibe auch mal was ja ich sehe auch meine ersten meine eigenen chatnachrichten nicht das ist ja komisch wieso denn bloß ah eben eben sehe ich was warum sehe ich das so nicht ah jetzt ja jetzt sehe ich euch hallo hallo zusammen jetzt kann ich die Nachrichten sehen keine ahnung warum das eben nicht ging ging halt nicht hm jetzt ist er ganz weg oh technische Probleme weil ich einfach keine ahnung habe wie das funktioniert hier so hätte ich es gerne so kann ich was sehen toll wunderbar ja wir müssen leider immer noch ein bisschen warten was heißt leider wir müssen noch ein bisschen warten umso besser wird es dann auch ähm bis der gute tamian sich zu mir gesellt und dann geht es auch schon los dann geht es auch schon los und dann wollen wir mal schauen was der gute tamian zu sagen hat und was wir tun läuft ja nichts weg nicht wahr solange könnt ihr mich unterhalten indem ihr mir was schönes schreibt schreibt mir was schönes oder auch nicht schreibt mir nichts schönes und tamian möchte mich als freund hinzufügen das nehmen wir doch mal dazu nehme ich mal an jetzt weiß bloß nicht wie komme ich denn hier in dieses ubisoft connect da 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 f3 ach das geht ja alles nicht das geht ja alles hier gar nicht so ähm da 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 soziales so wo ist er da ist der da ist der tamian und den laden wir jetzt mal ein dem schicken wir jetzt mal einen link dann habe ich erfolgreich eine einladung versendet das bild das bild ist ein bisschen erschreckend ich habe zwei freunde ne ich habe glaube ich mehr wie viele freunde habe ich denn hier Z Gruppe und Freunde meine Freunde tatsächlich nur zwei das ist aber traurig sehr traurig ach der michael ist auch da hallo michael grüß dich ähm wir müssen noch ein bisschen warten weil der gute tamian sollte hier gleich zu mir stoßen und da gibt ein brief Möge das glück dir holt sein ja ja humanara sendet mir ne nicht lazaro der tamian der jens lazaro achso du meinst den du meinst bei meinen Freunden also bei meinen hier Freunden 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 lazaro das ist genau der lazaro wo du denkst dass das ist das ist schon richtig Das ist genau der Lazzaro. Lazzaro. Ach was. Ja, die Welt ist klein. Die Welt ist klein. Der zockt auch noch, ja. Da sehe ich ihn auch schon, glaube ich. Auf der Karte bin ich das? Oder wo bin ich? Bin ich der Blaupfeil? War ich nicht immer ein gelber Pfeil? Stehe ich hier gerade? Ich laufe da rüber. Ja, der zockt auch noch. Ja, das bin ich. Gut. Sehe ich ihn hier auf der Karte? Wo sehe ich ihn? Ich sehe ihn noch gar nicht. Ah, eben. Jetzt sehe ich hier noch einen anderen, andersfarbigen Pfeil als Schiff. Tamjan Play, da ist er. Da ist er mir eben erschienen. Ja, ja. Der kann entspannt bleiben. Ich habe es nicht eilig. Er könnte aber auf den Discord kommen. Dann könnte man nämlich miteinander reden. Wenn er das möchte. Und er hat ein Level 5 Schiff, so wie ich das jetzt hier schon in der Gruppenanzeige sehe. Können wir doch mal gucken, was wir ihm da Gutes tun können. Vielleicht denn hier... ...könnt ihr ihm ein Schiff bauen? Kann ich ihm ein Schiff bauen? Vielleicht fehlt noch was. Nein, ich kann es bauen. Ich habe genug... ...genug Zeug, um es zu bauen. Und wahrscheinlich auch, um es auszurüsten. Arr. Arr. Da hat er mich erschreckt. Der gute Tamjan. Könnt ihr ihn hören? Das wäre voll toll zu wissen. Kann er mich hören? Ja, wahrscheinlich. Weil er eben gelacht hat. Ich kann dich hören, ja. Du musst nur gerade die Spiellautstärke runterdrehen. Ansonsten höre ich dich nämlich nicht. Ist das Spiel lauter. Hast du schon einen Plan, was du machen willst? Ich habe überhaupt keinen Plan. Ich habe noch nicht mal einen Plan, was ich in dem Spiel tun kann. Was hast du denn schon alles gemacht? Also aktuell bin ich bei der Hauptquest hier bei Skirlock bei den nebulösen Geheimnissen. Das heißt, ich habe auch erst bei meinem letzten Spieldurchgang auch erst meine ersten Nachforschungen freigeschaltet. Also ich bin noch ganz am Anfang. Ja, das ist ja super. Da wollen wir nochmal schauen, dass du erstmal ein gutes Schiff kriegst, ne? Also je nachdem, was es sein soll. Ich mache auch. Du läufst hier schon. Ja, das ist lila eine Frau. Du hast, du bist eine Frau? Ist das ein weiblicher Charakter? Ja, ich spiele lieber mit Frauen. Ja, wie gesagt, ich spiele lieber mit Frauen. So, lieber Michael. Jetzt guck uns zweimal bitte an. Wenn ich mich jetzt hier versuche mal irgendwie daneben zu stellen. Du hast gesagt, mein Charakter sieht weiblich aus. Ja? Wer sieht denn jetzt hier weiblich aus? Ich habe immerhin keinen lila Hut auf, sondern irgend sowas komios. Also ich kann dir, ich habe eben schon kurz geguckt, ich kann dir ein Schiff bauen. Ich weiß nicht, was du jetzt fährst. Wie gesagt, aktuell fahre ich die Hulk. Ich weiß aber auch gar nicht, wenn ich das baue, kann ich dir das dann geben? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Also ich denke, du wirst wahrscheinlich Sachen, die du im Inventar hast, wirst du wahrscheinlich handeln können, schätze ich mal. Aber Schiffe, befürchte ich, geht nicht. Äh, ich glaube auch nicht. Was hast du für ein Schiff? Ja. Wie gesagt, die Hulk, den Stufe 2 Tank. Hulk? Wo ist die Hulk? Und? Äh, äh, äh. Ich habe hier eine Sloop. Sagst du. Kutter. Gegenstände herstellen. Du musst ja ein 5-Stift. Der Hulk heißt der hier. Nein. Nein, erste Reihe, zweites von links. Hulk. Ah, Hulk. So was ganz kleines. Ja, den fahre ich aktuell. Das ist ja toll. Ich habe auch schon den, ich habe auch schon den Kutter getestet. Der Kutter ist ein bisschen schneller als der Hulk, aber hat dafür nur die Hälfte an Laderaum. Das ist so der Moment von... Nein. Lassen wir das besser. So, dann muss ich mich mal... Ich kann ja nämlich, äh, ich muss kurz... Warte mal. Den Franz-Stifter habe ich jetzt auch freigeschaltet. Äh, ich habe hier irgendwo was rumfliegen für dich. Warte mal, warte mal, wo ist er denn? Wenn du es benutzen kannst. Also wie gesagt, ich mache auch gerne, wie gesagt, also die, äh, den Kutter habe ich auch schon gebaut. Ich mache also auch gerne die Heilschlampe für dich. Ich habe da keine Schwierigkeiten mit. Ach, Quatsch. Quatsch, Quatsch. Oh. Ich gehe auf sowas. Das da, ähm, ähm, wie viele Waffendinger hat der? Nicht viele, ne? Äh, der Hulk hat, äh, vorne, hinten, Backboard, Steuerboard. Also vier Stück. Also keinen Mörser oder sowas? Im Gegensatz... Nein. Das ist halt im Gegensatz zum Kutter. Der hat ja nur vorne und Backboard, Steuerboard. Okay. Das heißt, in, 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 in diesem, in diesem Schiffslevel aktuell ist der Hulk der einzige mit vier Waffenslots. Ähm, dadadadadadam, was habe ich denn hier? Was ist das? Reparatoren bombarden, bringen dir nix. Also ich kann dir sagen, was ich aktuell ausgerüstet habe. Sekunde, lass mich mal kurz meine Schiffsverwaltung. Waffen. Also an der Front habe ich, äh, den Torpedo 1. Mhm. Ähm, dann habe ich rechts und links die Basilisk 1. Mhm. Das ist ja hier so, 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 ist das, ist das, äh, ist das ein Armbrust-Dix-Boom-Style? Basilisk? Nein. Nee, die Basilisk ist hier, äh, die Kalve, ist, ist eine Gruppierung der Kalveriner. Ah, okay. Ja, warte mal. Also ich habe hier Ramas Ehrgeiz, das ist ein Torpedowerfer. Ähm, der macht, was macht der, 920, 922 Schaden, äh, und macht 10% zusätzlichen Schaden bei gleichzeitigen Treffern und 30% des Schadens wird Überflutungsschaden und Torpedoschaden wird erhöht, wenn das Ziel weiter als 150 Meter entfernt ist. Boah, den kann ich dir anbieten. Der macht auf jeden Fall mehr Schaden als meiner macht, also meiner macht 848 aktuell. Und dann kann ich dir auch noch, ähm, hoffentlich was bauen, nämlich Kanonen. Wo ist denn hier der Schmied? Der Schmied war hier. Ja, ich bin die bärtige Frau rechts, Michael. Ich hab dich auch lieb. Hoppala, da hat's eben geheirn. Die einzige bärtige, die einzig bärtige Frau hier bin ich. Du hast, ähm, was hast du gesagt? Da, da. Äh, ich habe die Basilisk, äh, rechts und links habe ich die Basilisk 1. Ja. Was macht die denn, wo ist die denn? Basilisk, Basilisk. Moment, die Basilisk 1 ist, ähm, wenn du im ersten, im linken Segment bist, bei aufgewertete Kalverine, die zweite von links. Basilisk 1, Schaden 750. Hm. Piraten sind ein gieriges Pack. Also ich kann dir, was kann ich denn hier bauen? Also ich kann dir, ähm. So, und hinten habe ich, hinten habe ich die leckschlagende Halbkanone. Die findest du in dem selben Reiter, ganz unten, bei aufgewertete Halbkanone, das erste von links. Das ist das, was ich dann hinten habe. Weil das Schiff ist halt nicht schnell. Ja, ich kann hier nicht sonderlich viel bauen. Ich kann hier aufgewertete Halbkanone, leckschlagende Halbkanone 1 kann ich bauen, die Zamzama 1 kann ich bauen und die Zamzama 2. Ist auch eine Halbkanone. Die Zamzama ist, ja genau, die Zamzama, die ist aber eher, die ist für, für Feuerschaden ist die zuständig, genau. Ich habe ja die leckschlagende tatsächlich genommen, ähm, wegen, wegen dem Überflutungsgedöns, um halt eben Schiffe, die mich verfolgen, quasi so langsamer zu machen. Wobei ich es irgendwie noch nicht geschafft habe, Status-Effekte auf feindliche Schiffe zu bringen. Oder ich habe es noch nicht gesehen, dass es funktioniert hat. Doch, das funktioniert. Oder ich mache generell was falsch. Ja, richtig. Ähm, also langsamer kannst du es nur machen, ähm, wenn du, wenn du die Segel zerstörst. Ähm, und außerdem sind die, in den Einstellungen, warte mal, wenn du hier in die Einstellungen gehst, ich weiß nicht, ob du mein Bildschirm siehst, äh, in den Einstellungen, kannst du im Interface die Benutzeroberfläche anpassen und dann hast du hier diese drei, die müssten eigentlich standardmäßig deaktiviert sein, die kann man aktivieren und hier die Entfernungsanzeige immer angezeigt und hier war noch was, irgendwas immer angezeigt. Genau, Anzeige für Schiffsinformationen immer anzeigen. Ähm, dann siehst du Ladebalken für die, für die einzelnen Statuseffekte. Also du siehst, wie viel, äh, brauche ich noch für Feuer, für Segel, für Überflutung und so weiter. Das ist gut. Ich weiß nicht, warum das, ich kann dir nicht sagen, warum das immer deaktiviert ist am Anfang, aber es ist wohl so. Das ist richtig, das sind ja eigentlich relativ wichtige Sachen eigentlich. Ja. Ich kann dir auch eine Vollkanone 5 bauen. Mit der habe ich tatsächlich noch nicht gearbeitet. Die macht 2600 Schaden. Aber es ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, die, die Vollkanone ist ja quasi eher so die, die Sniper unter denen. Ja. Also auf längere Entfernungen und dann draufhalten. Ja. Oder halt die Zamzama. Zamzam, 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 Zama. Die Zamzama ist doch auch schon wieder eher, ist die nicht eher für den Nahkampf, wie die Halbkanone? Ja, kurze Reichweite, ja. Aber die kann ich ja auch bauen, zumindest die zweite. Zamzam A2. Kann ich die ja, ne, lass mich gucken, ich glaube so zwei, drei Mal könnte ich so bauen. Je nachdem, wie oft du sie willst. Ja gut, benutzen kann ich sie noch nicht, ich habe das Level noch nicht dafür. Ehrlich nicht? Sind die Level gewonnen? Nee, die ist, also beim Craften auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn ich sie benutzen will. Das kann ich dir jetzt sagen. Ich baue einfach mal eine. Ich habe noch nie. Ich baue jetzt mal eine, dann gebe ich die. Ich habe noch nie Waffen gehabt. Weil ich habe noch nie Waffen gehabt, die über meinem Level. So, wo ist er denn, der gute Tamian, wo ist er hin? Sehe ich ihn hinter dir? Hinter mir? Ah, da. So. So, und eine Handelsanfrage hätten wir gerne. Annehmen. So, jetzt kriegst du von mir eine Zahn... Empfänger hat nicht genügend Ruhm, um diesen Gegenstand auszurüsten. Ja, wie heißt das denn? Okay, dann... Warte mal. Ja, Empfänger hat nicht genügend Ruhm, um das auszurüsten. Und der Empfänger hat nicht genügend Ruhm, um das auszurüsten. Alles, was ich dir geben wollte, kann ich dir gar nicht geben. Mann. Dann heißt es dann tatsächlich, ich muss... Ich muss besser werden. Ja, dann machen wir das doch. Wie viele Städte hast du geplündert? Willst du Quests machen? Ich habe was? Ob du schon Städte geplündert hast? Städte geplündert. Ja, dann gehen wir Städte plündern, würde ich mal sagen. Okay. Wow. Du setzt mich überhaupt nicht unter Druck, Schatz, gell? Nee, ich glaube, der Tamian hat sich das gekauft. Hast du es dir gekauft? Der Michael fragt. Ich habe es mir mittlerweile gekauft. Ja, ich habe es mir mittlerweile gekauft. Okay, wie alt ist dein Rechner? Oh nein. Ach Gott, ist das süß, dein Chip. Ja, ist das. Also, was heißt alt? So alt ist er gar nicht. Mein einziges Problem ist tatsächlich, also, sag ich mal, an der Grafik habe es aktuell nicht. Mein Hauptproblem ist tatsächlich eher meine Festplatten. Ich habe nur eine SSD drin und da ist halt eben mein System drauf. Somit sind die Spiele auf der HDD und das ist dann natürlich so der Moment von... Okay. Warte, ich bin sofort da. Ich habe gerade festgestellt, dass ich hier völlig falsch aussehe. Mein Schiff. Ich merke auch, ich habe die falsche Segel drauf. Warum sehe ich denn jetzt so kacke aus? Ich habe das doch alles hier ausgewählt. Ja, ich muss aber auch sagen, dass das... Ich habe vorhin in den Gruppen so gelesen, dass das heute irgendwie ziemlich buggy ist. Bin ich mal gespannt. Ja, ja, tatsächlich. Also, ich habe es vorhin mit den Zasca gehabt. Ich hatte ja schon alles hochgefahren und wollte ja schon ins Spiel rein. Und habe das Spiel mehrfach neu starten müssen und bin aber nicht über die 88% Laden hinausgekommen. Das muss aber auch irgendwo an Ubisoft so ein bisschen liegen, weil ich konnte dich auch als Freund nicht eintragen. Ja. Wir sind ja auch nicht befreundet hier. Da war dann so der... Ich werde dich jetzt versenken. Okay. Da war dann der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, so ich tue jetzt einfach mal den Rechner neu starten. Alles andere macht keinen Sinn. Also, ich glaube, wir fangen einfach mal an, hier direkt gegenüber in diesem... Das Holzlager Zipho zu plündern. Ganz simpel. Ich weiß nicht, ob du meine Markierung siehst. Ich glaube ja. So war so blau ist leuchtend. Wie der Ladebildschirm sich hier wieder reguliert hat. Ja, das will ich doch nicht jedes Mal sehen können. So diese... Michael, wann kaufst du es dir? Ich sehe auf jeden Fall mal Feuerwerk davon. Eine Markierung sehe ich auch. Und ich habe Gegenwind. Das macht es sehr unspannend. Ja, das ist irgendwie... An manchen Stellen hast du nur Gegenwind. Ich habe halt tatsächlich bisher mit den Plündern so groß und nix gemacht, weil ich nicht wusste, ob das Plündern von befreundeten Fraktionen mit Scurlock gegen ein Problem für mich für oder später... Ne, ne, das finde ich egal. Du bist ein Pirat, du kannst hier machen, was du willst. Hallo Mark. So, jetzt müssen wir einfach hier nur die Türme zerstören. Und die Schiffchen, die hier so rumeiern. Aber das sollte nicht das Problem sein. Wir sind jede Sekunde. Und dann kannst du da die goldene Beute in dem Schiffchen da einsammeln. Goldene Beute im Schiffchen? Ja, war da nicht eben goldene Beute? Direkt in der kleinen Nussschale vor dir. Oh, habe ich jetzt keine gesehen. Ich sehe nur, wir kriegen Besuch. Ja, die gucken halt mal. Ja, bleibt doch stehen. Gummis Ding. Tja. Da kriegt man dann auch ganz schnell. Jetzt hast du dich auf der Plünderung angeschlossen. Was ich vorhin mal so lange gedauert hat. Äh, tatsächlich. Ich wusste nicht. Ich dachte, ich würde automatisch. Ja. Bei der nächsten Gehaltserwählung. Ja, jetzt sehe ich da auch eine goldene Kiste. Das ist ein bisschen seltsam hier. Du kannst zwar in der Gruppe spielen, aber die Aktivitäten, da muss man sich immer einzeln noch so anschließen. Was für ein schönes Feuer kennen. Jetzt bin ich brigand. So, das war's. Ich glaube, die erste Stadt schon gefühlt hat. Das ist doch wunderbar, Leute. Ja, genau. So wie der Kiste gerade die Kiste mit den Flaschen über den Kopf gehoben hat, fällt er natürlich nicht raus. Nee. Natürlich nicht. Dann fahren wir einfach hier weiter zu den Holländern. Okay. Ich folge. Also so gut, wie ich mit der kleinen Störle hinterher mache. Ja, ich fahre langsam. Extra für dich. Ist ja schon niedlich. Ja, dein Schiff ist irgendwie sehr klein. Ja. Aber du halt einen Schritt schneller. Du halt einen Schritt schneller, sagt die alte Frau abzugeben. Du hast mir da irgendwas geschrieben von wegen der Einladungscode, Freundschaftscode. Ja, Freunde werben Freunde. Das ist auf der Ubisoft-Seite für Skull & Bones. Aha. Was passiert dann? Da kriegen dann quasi beide, also der Einladende und der Eingeladene, kriegen da wohl irgendwie Belohnungen. Und die Voraussetzung ist, ich muss glaube ich zwei Stunden spielen und zwei Schiffe versenken. Da bin ich glaube ich hin. Okay. Da muss ich mal gucken, wie ich dir da so ein Code, wie ich da so ein Code dir zukommen lassen kann. Ah, jetzt bin ich automatisch mit reingestellt. Jetzt bin ich automatisch mit reingegangen. Siehst du, das ist doch ein Fortschritt. Vielleicht muss der tatsächlich auch in dem Bereich sein. Das bestimmt, das stimmt jetzt auch noch. Ja, wahrscheinlich ist das gleich mein Ladehaum von. Würde ich mal tippen. Ich habe den ganzen Klatsch hier eingeladen, um es dir zu geben und dann kann ich es dir nicht geben. Es tut mir leid. Oh, das macht nichts. Das wäre verrückt, dass das nicht geht. Ich meine, dass du es nicht bauen kannst, ist ja okay. Aber dass du es nicht benutzen kannst, wenn es dir jemand schenkt. Ja, auf den Sieg, Freunde. Ganz viele Schiffe, ganz große Schiffe. Ganz große Schiffe kommen da. Aber der Marc hat zumindest mal Hallo gesagt. Und jetzt schweigt, was ich traue. Oder mein Chat geht schon wieder nicht. Alles ist möglich. Also das Letzte, was ich habe, ist, wie du es sagst, von der Werner, weil er jetzt die Gehaltserhöhung, also nie. Und dass er dann auch noch hier auf den Markt geschrieben hat. Aber ja, mehr habe ich es halt ja auch nicht. Ja, tatsächlich, der Michael kriegt nie eine Gehaltserhöhung, weil er so wahrscheinlich auch einfach nicht verdient hat. Ja, ich will es mal tippen. Kann ich recht? Ja, ich will es nicht. Ich will es nicht immer recht. So. Fünderung abgeschlossen. Ähm, ja, fahren wir direkt weiter hier. Hier machen sie einmal alle hier weg. Bist du schon aufgestiegen? Ja, gell? Müsste. Einmal bin ich aufgestiegen, ja. So, okay. Zwei neue Schatzkarten. Boah, Gegenwind. Hau rein! Mein Lehrer, Martin, kämpfe nicht gern. Oh, du bist ja eh nicht so schnell. Nee, mit der Hulk sowieso nicht, also. Wobei die gar nicht so viel lange, also im Prinzip, sag ich mal, in dem oberen Sequenz, in den Level 2 Schiffen, ist tatsächlich der Kutter, also der Heiler, ist zwar der schnellste, aber der ist insgesamt auch nur zwei Knoten schneller als jetzt die restlichen Schiffe. Okay. Das ist eigentlich, eigentlich müssen ja die kleinen Schiffe viel schneller sein. Die kleinen Schiffe müssen ja eigentlich schneller sein. Nee. Nicht, warum nicht? Hallo Max. Ja. Du musst tatsächlich, ähm, je kleiner das Schiff, klar, desto weniger, ähm, Masse musst du zwar bewegen, aber du hast ja auch weniger Segel. Okay. Wenn du jetzt mal siehst, ich hab, weißt du, ich hab einen Top- und einen Brahm-Segel. Mehr hab ich nicht. Mit einem Mast. Boah, ich schmeiß da hier mit Fachbegriffen um sich. Brahm-Segel. Top-Segel. Ist das Segel, oder? Boah, ich hab keine Ahnung von Segel. Boah, schieß normal. Mehr wo ich recht habe. Also, wo hab ich dann recht? Dass du keine Gehaltsäugung verdienst. Boah, wie verdienst du das? Alles verdienst du. Da hinten ist noch ein Wachtörer. Okay. Was soll ich denn treffen von hier? Ich glaube nicht. Doch, hat Schaden gemacht. Also der erste Kuss zumindest hat Schaden gemacht. Nee, wir haben noch gar keinen Schatz gehoben, weil der Tamian sich kurzfristig hier angeschlossen hat. Kurzfristig, langfristig. Ähm, und das bringt uns sehr viel, wenn ich jetzt hier die Nachforschung mache und er hat die Nachforschung noch gar nicht. Deswegen machen wir jetzt hier so ein, zwei, drei Städtchen, Dörfchen, Niederlassungen, damit er sich ein schönes Schiff holen kann, schnell in den Rund aufsteigt und dann quasi auch die Nachforschung bekommt. Und, äh, dann kann man auch andere Sachen zusammen machen. Hast also tatsächlich schatztechnisch nicht viel verpasst. Ja, da kommt schon das erste Wachtörer Schiff. Ja, ich hab nicht getroffen. Super. Meine Kamera hängt, siehst du? Hängt meine Kamera? Weiß ich nicht, seh ich nicht. Weil bei mir bewegt sie sich. Gleich hab ich auch einfach eben, äh, unbeweglich in den, in den Bildschirm gestarrt. Hab ich auch ein Standbild? Ja, ich hab ein Standbild. Damian, kannst du das bestätigen? Da hab ich ein Standbild. Also, bei mir ist das ein Standbild. Also, ich seh auch nicht, äh, dass ich hänge. Seht nur das Silber. Ist das für mich? Also, das passt auch mit dem, wie's im Spiel ist. Du stehst, ne, du stehst an dem, an dem kleinen Ding, wo's... Wo's die Beute gibt. Die Sachen gibt, richtig. Ah, siehst du. Und war schon kurz schockiert. Alles gut. Das war an, äh, an seinem Stream-Bars gehangen. Ja, ich hab vorhin schon, äh, hab ich, äh, um die Wartezeit zu überbrücken, hab ich gesagt, dass ich, ähm, von dem, von der ersten Season ein bisschen arg enttäuscht bin. Wenn da storytechnisch nicht sehr viel dazugekommen ist. Ja, kaputt. Ähm, nicht mehr nicht sicher bin, ob die zweite Season, also wenn da keine Story dabei ist, sondern wieder nur, ähm, ein Endgegner und umgrinden, dann, ähm... Ist zwar ein tolles Spiel, aber ich weiß nicht, ob mich das dann so motiviert, tatsächlich auch eine zweite Season zu spielen. Klar, weiterspielen, ja, aber, ähm... Weißt du, wie ich mein? Also, du bist noch nicht so weit. Das ist mir klar. Ein feindliches Schiff. Das ist schon aufgestiegen. Ähm, noch nicht. Auch nicht. Wie lange dauert das? Mann. Ich hab das im Gegenteil. Ich hab da noch nichts bestellt. Kommune, die Egel in Katja hast nicht. Und glaubt ihr Könnt ihr das noch gewinnen? Wenn sie irgendwas wertvolles habt, sind sie ja. Jaaaaa, jeine. Feuer frei! Also jaa. Ähm, wenn wir mal auf jeden Fall die Nachforschung müssen wir, müssen wir noch fertig machen. Ob wir da heute zukommen, weiß ich nicht, kann ich ja nicht sagen, vielleicht, vielleicht auch nicht. Mal schauen, aber wir machen die auf jeden Fall fertig, erstmal muss der Taubenjan jetzt hier mal ein bisschen fit werden, ein bisschen größer. So, wo gehen wir jetzt hin, welches Level ich habe, aber ich fahre hier einfach mal hinterher, kein Problem. Porto Luz, Porto Luz, versuchen wir mal ein vor. Okay. Hier liegen einfach Sachen rum, ist ja toll. Die Nussschale ist schon süß. Nussschale trifft es. Richtig sehe, wenn ich mal ein bisschen langsamer mache, weil ich sehe dich ja am Ruder stehen. Warum werde ich nicht langsamer? Langsamer Segel einholen. Seh ich ihn. Ein lila Hut müsste er haben. Richtig. Nö. Ich sehe zwar hier eine Mannschaft, aber ich sehe keinen Käpt'n. Nö, dann ist der Geisterkäpt'n. Schade. Schade, schade. Ich sehe. Kannst du mich jetzt anschieben, ja. Warum? Ja, natürlich. Das geht. Oder auch nicht. doch ich sehe dich sogar mit lila kappe mit lila dreieckshut in anlehnung an die frau die hat modell bestanden für den hut nein für den weiblichen kapitän und so habe fast halt weil lila so mal gucken aber das vorschaffen empfohlen ist anzahl spieler 2 so ein level haben die level 10 eventuell könntest du jetzt platzen das passiert dann bald hier da bleiben wir besser in bewegung das ging schnell ja gut vielleicht war das fordern doch keine gute idee das war zuerst und gewonnen ich bin schon wieder auf dem weg zu dir machen Oh, ich schmuck hier auch noch mal weiter. Meine Kamonen mal nachladen würden. Ja, da kommt einiges auf uns zu. Das sehe ich auch. Noch Türme. Schiffe haben wir. Wo sind die Schiffe? Da ist ein Schiff. Und da hinten ist noch ein Turm. Türmchen, zwei Türmchen. Das gute Vorloch. Kleine Turm. Auch da muss ich weiter weg, weil sonst treffst du ihn gar nicht. So, ich hab mich der Plünderung jetzt wieder anfließen können. Da brennt das vor. Oh, geh doch kaputt, Mann. Du Mauer. Gibt's ja gar nicht. Wo ist meine? Da so. Ich muss da weiter weg. Ja, ihr seid alle tot. Ja, ihr seid alle tot. Erster Offizier hat's voll erwischt. Hat's voll drauf. Und sein alle tot. Erster Offizier hat's voll erwischt. Ja, der letzte Film, der ist ja nicht. Jetzt ist der letzte Film, ja. Ja, das hat was von einem Demolition-Turby. Aber er braucht ja Ruhm. Er ist ja nicht. Er braucht man einen reist. Er ist etwa ein Donald-Turby. Er braucht man einen reisten. Doch, doch. Er braucht man einen Mauern. Frische Richtung. Hier gibt's noch mehr! ja ich jetzt eben gewohnt ja nicht einmal haben geworden sind. Wow. Ähm, also von Story-Seite Ivermax ist in der ersten Season nix. Ich hatte ja, die haben ja den Fest, oder Fest, oder wie der heißt, dazu gefügt. Das ist einfach nur ein neuer Endgegner. Der da so Schiffe mit sich bringt und den man besiegen kann. Und der Daily gibt's dafür. Aber es gibt halt überhaupt keine Story. Warum und wieso das ein Pest-Captain ist und warum der überhaupt hier aufgetaucht ist und warum er mir feindlich gegenüber steht. Das weiß man halt für sich. Das ist quasi einfach nur ich würde mal sagen, eine Spielerbeschäftigung. Und das finde ich persönlich ein bisschen arg schade. Und ich hoffe... Tatsächlich gab's ja einen Hinweis. Also es gab ja einen Hinweis, also zumindest... Also wenn man sich noch dran erinnert, wie gesagt, ich hab halt den Forder, dadurch, dass ich das vor kurzem mit dem Spiel angefangen hab, Skurlock sagt so etwas ähnliches, als es quasi, als es hier mit den mit den Franzosen immer enger wird, sagt er irgendwas... irgendwas... irgendwas wird kommen. Irgendwas Großes. Sei es... sei es ein Pest-Lord oder ähm... sonst irgendwas. Okay. Wollte ich vergessen. Ja, wie ich dann... Ich fände es halt schön, wenn man... wenn sie wenigstens sich die Mühe gemacht hätten, so... zwei, drei, vier... Story-mäßige... äh... Geschichten dazu zu bringen, so einfach nur drei, vier, fünf Schritte. Und nicht einfach da quasi jetzt ein Gegner hinzuzufügen. Und... äh... einfach zum... zum... äh... zum Release noch nicht fertig war. Ganz. Und so das deswegen zur ersten Season gemacht haben. Und dass in der zweiten Season hoffentlich ein bisschen mehr... Content... kommt. Weil sonst hat man hier tatsächlich nur noch dann die Dailies, die man machen kann. Und halt Schatz suchen. Das war's aber auch schon. Also Story-technisch gibt's nichts mehr. Bisher hat auch die, die ich noch nicht gemacht hab, aber es ist tatsächlich nicht sehr viel. Hey, ein Sonntagssegler. Achso, warte mal. Das letzte Platz. Ich muss mein Luf noch einsammeln. Fett mit Carl ein. Da ist es. Oh ja, es sterbt. Es sinkt. Es sinkt. So, da haben wir tatsächlich auch schon vorgeplündert. Sehr Wahnsinn. Und das war der letzte Schritt. Toll. So schnell kann's gehen. Ja. Ich konnte mich nur irgendwie... Ja, okay. Ich konnte mich nicht mehr anschließen, sehe ich gerade. Ich konnte mir die Schritte mitmachen, aber... Ja. Aber das Ergebnis hat jetzt nicht... Du musst auch den Luf einsammeln. Anscheinend... Anscheinend darf man... Da darf man nur mehr... Da darf man nicht so oft platzen. So, nee, ich hab meinen Luf mittlerweile. Alles gut. Okay. Seltsam. Seltsam. So, da waren wir schon. Ja, es ist... Verstehst du jetzt, was ich meinte? Die, äh, diese Zusammenspielmechanik ist immer noch nicht wirklich ausgereift. Nee, ist er tatsächlich nicht. Glaube ich auch. Das ist aber so ein... Das ist aber so ein Problem, das hatte... Das hat Ubisoft halt leider Gottes ziemlich häufig. Ja. Weiß ich nicht, ich hab noch nicht so viele Ubisoft-Spiele, äh, Multiplayer, also ich glaub gar keins. Na, ich sehe ein militärisches Tor! Ein militärisches Tor! Acht auf! Sollen Sie mich erholen! Wir kommen wieder! Ist er aufgestiegen? Was für eine Rangstufe brauchst du denn überhaupt? Steht das schon, dass dabei ist? Das ist noch irgendwas mit Brigant-Backe-Mir? Ich muss grad mal gucken, wo sehe ich das denn jetzt alles? Ähm... Unter C kann ich nicht... So, ich bin jetzt im Gang von oben her. Und bin jetzt auf... Bin jetzt zwischen... halb und viertel. Halb und viertel? Also ich hab 118.009 Punkte hab ich. 15.305 brauche ich. Okay. Hallo, Freunde. Was ist denn da? Das ist durchs Sterben. Ja, das weiß ich, aber bist du so oft geschwommen? Dreimal jetzt, sag mal, ich glaube, dreimal, ne? Ja, jetzt kann ich mich dem Gründer anschließen. Wo sind sie denn, die Gegner, wo kommen sie denn? Und hinter dir. Hinter mir? Ja, das war zu hoch, hochgetrunken. Jetzt kommen zwei Stück an der anderen Seite, also von links. Oh, die ist schon nicht schlecht. Der Mösa ist schon nicht verkehrt. Das ist eine gute Frage. Darauf habe ich jetzt gar nicht geachtet. Also Mut gebe ich auf jeden Fall. Ja, ich weiß, dass ich zu weit raus bin. Ich bin doch schon wieder auf dem Weg rein. Hast du jetzt Gruben gekickt? Ähm, wenn, dann wurde es mir nicht angezeigt. Okay. Was ja dann prinzipiell schlecht ist, wenn ich die alle zerstöre. da sterbt alle. Also plus 50 habe ich jetzt gekriegt. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das durch die Schiffe oder durch das Plündern war. Ja, gute Frage. Ich glaube, dass 50 ist, äh, Schiff. Ja, ja, ich weiß. Die Beute muss ich plündern, ist doch gut, Mann. Willst du hier mal reparieren gehen? Klasse! Das passt gar nicht alles um unser Wort, Käpt'n! Weil, ähm, hier Sankt, wie hast's? Sankt Anna, Sankt Anna, Sankt Anna, Sankt Anna, ist gerade hier um die Ecke. Was? Oh, können wir machen. Why not? Entdecke die Geheimnisse der rätselhafte Organisation. Warum hat er sich mit unserer Gruppe angeschlossen? Wer ist das? Einen Ahnung. Ist doch vorbei. Ah, ich bin überladen. Gott. Oh, ich bin überladen. Deswegen bin ich so langsam. Ich habe mir gedacht, warum fährt der denn nicht? Ja, wir sind nicht so gute Freunde, die Franzosen und wir. Oh, das ist okay. Mit den Franzosen muss man auch nicht gut befreundet sein. In der ersten Jahren. Oh, das ist richtig. ich kann jetzt ich muss auf jeden fall mal entladen und dann können wir noch mal kurz testen ob ich jetzt die sachen geben kann 1 ob der eine level aufstieg schon schon gereicht hat ich weiß es nicht ehrlich gesagt ich glaube nicht aber ich kann mir glaube ich wenn ich wüsste woran ich sehe ob du das verwenden kannst oder nicht könnte ich dir wahrscheinlich auch was anderes bauen die mich bist du schon wieder draußen ach nee das ist der andere lila wer auch immer das ist why not e könnte der michael sein würde zu ihm passen der name also rein nüchtern betrachtet ja hast recht tatsächlich also ich habe ja relativ mich fern gehalten von von dieser ganzen great thematik die habe ich ja mehr oder minder außen vor gelassen und habt mich mehr so auf die story inhalte konzentriert weil mich das halt am meisten reizt weil also wenn man jetzt hier zu dem schmuggeln dings da geht da habe ich hier schon einen haufen stützpunkte freigeschaltet die kosten mich aber ein haufen silber um die am laufen zu halten und so viel silber kann ich gar nicht in der kurzen zeit in der ich spielen kann verdienen um die alle laufen zu lassen und die einzige aufgabe die ich da habe ist quasi ich kann die hier ausbauern ausbauen und dann muss ich hier die münzen die die produziert haben quasi mit dem schiff einmal hier umfahren die alle einsammeln und hier nach st n bringen so das war's schon also das ist eine reine farm angelegenheit klar da wird man dann angegriffen und verfolgt und so und kann die gegner kaputt machen aber es ist halt nicht wirklich dann im inhalt der mich der mich begeistert ja also hier wenn ich bin ich wenn ich zwei zweieinhalb drei stunden spielen kann dann bin ich glücklich da möchte ich aber auch schon schönen inhalt und möchte jetzt nicht eine stunde lang hier um die ganze welt geschichte schippern und die münzen einzusammeln das ist dann nicht so dass was mich reizt und story technisch hast du halt nur hier die von dem captain skrlock momentan und hier voll wie hieß die rama und dann gibt's daily quests die du machen kannst die sind jetzt aber auch nicht so prickeln weil sie dann ja auch irgendwann eintönig sind weil es immer das gleiche ist es gibt die nachforschungen aber die sind auch begrenzt ich meine da haben wir jetzt auch alles durch quasi da fehlt nur noch die ersten korsair und es gibt die schatzkarten und das war's ja deswegen sage ich habe ich muss muss schauen was die in der zweiten season da ins spiel bringen ob da story content dazu kommt aber wenn da keine story inhalte dazu kommen dann ist das spiel glaube ich dann aber auch so für so casual gamer wird es schwer die skrlock aufgabe ist im prinzip landest du hier auf der insel und das ist hier so der 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 piraten big boss und der sucht captains die für ihn plündern und dann gibt es halt eine kleine story mit toiling das ist das ist seine seinen seinen auftraggeber an denen er die waren verkauft den franzosen und den verschiedenen fraktionen die hier auf der insel sind also hier oben sind ja wie heißen sie die fahrer die sie das seevolk ist hier hier weiter oben ist die ist fahrer und die versuchen sich halt irgendwie gegenseitig auszustechen mit den franzosen die franzosen so versuchen die aufzuhetzen und alle alles so ein bisschen intrigant die die storyline aber dies hat auch nicht besonders lang muss man dazu sagen so ist ein also mir hat sie gefallen ich glaube die habe ich aber nicht gestreamt und auch nicht aufgenommen das habe ich in der beta angefangen glaube ich wo bist du denn tamian ich war gerade beim schiffsbauer beim schiffsbauer also ich könnte tatsächlich vom rang her könnte ich jetzt das erste mittelgroße schiff anfangen sofern ich an den plan rangehmer erwarten aber ich kann es ja nicht ach so ja man kann das ja nicht bauen das wäre also ich kann es bauen die padeva kann ja aber es wird als auftragsbelohnung ausgegeben das heißt ja den kannst du auch kaufen jetzt auch kaufen wenn du wenn du das schiff markiert dann kannst du f drücken damit der bauplan verfolgt wird ok ja weiß nicht ob ich ein bomber fahren will also schlecht ist das schiff nicht das habe ich auch gehabt ok da stimme ich hierzu dann wird es ein reines spiel für leute die mal nach feierabend bisschen zocken wollen ja ja das ist dann so so ja heute habe ich bock heute manchmal ein paar dailies oder oder es ist halt dann tatsächlich auch für hardcore für hardcore gamer die hier zwölf stunden am tag zeit haben irgendwelche münzen zu farmen und silber zu farmen mehr ist es dann aber auch nicht also wie gesagt ich hoffe dass da noch ganz ganz viel content kommt ich vermute sehr stark dass der pestkönig da von anfang an schon eigentlich ins spiel hätte kommen sollen es aber einfach nicht gereicht hat von der zeit her mit dem release date und dass sie das jetzt quasi als erstes season gemacht haben aber wenn die zweite season auch nur quasi dailies und also gibt eine daily es gibt einen neuen endgegner es gibt ein paar neue waffen und panzerungen es gibt ein haufen cosmetics und ein neues schiff ich kann das ja mal zeigen warte mal das hier was war das hier das hier ist das neue schiff ja ist das bark heißt das schiff das ist ein heiler so kann ich hier irgendwie details aufrufen ja also heiler ist jetzt nicht so meins und ehrlich gesagt muss ja sagen mir gefällt das schiff nicht so ich hatte ja gehofft dass da jetzt mal was dreimastiges kommt und nicht hier wieder so eine schwimmende badewanne und dann kriegt sie halt noch so und so und so und so eine katze skelett katze was das an was was die schiffe und alles angeht da haben sie sich nicht nicht mit rum bekleckert ja sind relativ wenig und ich hatte wie gesagt ich habe halt darauf gehofft dass die mehr schiffe bringen und nicht nur eins weil das dauert ja dann also wenn die jetzt weiterhin hier ihre komischen handelsanfrage abgelehnt warum ja moment weil ich gerade ich ihnen im archiv war so mit es geht aus dem archiv noch wieder rauskommen deshalb entschuldige den kann ich ja nicht geben den kann ich ja nicht geben und die kann ich auch noch nicht geben empfänger hat nicht genügend rum warum zur hölle da steht aber auch nicht dabei wie viel warte das kann das kann ich nachgucken das ist ja kein problem sommer handel abbrechen das kann ich aber nicht sehen was ich brauche beim schmied kann ich das noch sehen steht das dann hier nicht bei den items dabei alle größen gegenstände herstellen das nächste spiel was ich streamen würde ganz mehr fragen stellen ehrlich gesagt weiß also ja rede ich höre dir zu für ramas ehrgeiz zum beispiel brauche ich marodeur ein marodeur 1 ist ja das ist aber noch bevor du piraten fürst wirst ja wahrscheinlich gut wenn du auf die karte guckst müsstest du irgendwo auf der auf der map eine markierung sehen wenn du den bauplan noch verfolgst da kannst du den dann auch kaufen für silber da hinten niederländisch indien ab du heiliger das ist ja am propos der welt da komme ich mit der nutzstrahle niemals neben der art will ich komme zu erleben dann ja ich muss ein bisschen auf die monsterwellen aufpassen nein das geht das geht soll man über schippern und das holen ich vermiete mal probieren machen wir das erst noch reparieren ja aber immer noch was ausladen dann kann ich das ja alles hier wieder weg packen schrift zustand ist optimal habt ihr in der arme der will mich nach indien schaffen warum nicht darfst du halt nun nichts angreifen das wäre das wäre ganz ganz schlecht also max um noch mal auf die frage einzugehen also ich werde das hier auf jeden fall weiter spielen so es wird halt relativ schwer daraus dann auch ein livestream zu machen oder sowas wenn da einfach kein content mehr ist weil ich weiß nicht ob ihr dann ob ihr zweimal die woche quasi immer denselben inhalt sehen wollt den man dann macht kannst du mir sagen wohin du musst haben jan ich kann mal gucken ob ich eine markierung auf die karte setzen kann ansonsten kann ich sie auch gerne auf der karte ja ja kann sein müsstest du machen einfach einfach die siedlung markieren habe ich ja ja okay da fahren wir am besten hier so da lang dieser orientierungspunkt ich folge dir einfach was ich dann als nächstes streamer ich kann da ich kann ich kann ich kann da nur aus aus meiner erfahrung als streamer sprechen das sind so punkte die sind immer schwer vorherzusehen weil es kann passieren dass man sich entlangt dass man sich ein projekt von hier habe ich hatte schon ewig vor könnte ich eigentlich jetzt demnächst mal anfangen und dann läuft einem auf einmal was über den über über den fuß man denkt alter genau dass das und nichts anderes jetzt richtig ja wie gesagt ich habe tatsächlich kurz darüber nachgedacht ob ich black flag mir zulegen und das und das vielleicht dann im live stream mache weil das ist ja ein singleplayer spiel da müsste ja relativ viel content zu sehen sein aber das kennen halt auch schon viele das ist wieder der nachteil das ist richtig und so wie ich das richtig und so wie es verstanden habe ihr auch alle würde ja dann relativ wenig sinn machen ich weiß es nicht ich habe am wochenende habe ich wir sind ja noch am wochenende habe ich ein strategie spiel gefunden gesehen was mich reizt das heißt solium in fernum da ist man höllenfürst und kämpft irgendwie um die vormachtstellung in der in der hölle aber jetzt nicht so kämpferisch sondern eher so diplomatisch intrigen mäßig aber ja da muss ich mir überlegen ob das was ist keine ahnung ich weiß es nicht also noch noch habe ich hier ein bisschen was zu tun noch können wir ja hier noch eine nachforschung machen wenn die genauso lang ist wie hier freemans schatz dann ist ja alles gut monsterwelle monsterwelle wo ist der tamian weit hinter dir du bist doppelt so schnell wie ich tschuldigung ich mache mal langsam da kommt eine monsterwelle ja ich sehe sie ja wie gesagt ich weiß es noch nicht vielleicht falls da interesse besteht ich habe hier noch schon seit ewig zeiten das ist halt völlig anderes setting das wäre dann wieder im zweiten weltkrieg meine meine schiffchen die man spielen könnte ich habe auch noch habe ich auch schon ewig nicht mehr gespielt wie heißt das wie heißt es fällt mir der name nicht ein der weiß zwei habe ich mir angeguckt michael noch ein bisschen was zu gelesen wer ist denn why not eh ist der hier bei uns weil der fährt uns auch noch treu hinterher michael bist du das sag mal ehrlich ähm held i was zwei das ist vor mir angefangen ja das kann durchaus sein das traue ich ihm zu um dann aus dem nichts aufzutauchen und zu sagen guck mal ich bin schon level 18 level 200 ähm ich habe mir held i was zwei angeguckt ich habe auch ein bisschen was dazu gelesen und das scheint wohl also grundsätzlich ja es ist ein shooter wenn ich das richtig verstanden habe ein koop shooter ähm aber es ist halt scheinbar voller afk bottler jetzt schon das ist ja auch erst ein paar bild 1 war es zwei ja weil hier nämlich weil der publisher auch ähm niemand wird zurück die doktrin ausgerufen hat niemand wird zurück gelassen und er die botter quasi dann auch von mission zu mission mit schleift und die quasi dann so afk mitlaufen wir fahren in die völlig falsche richtung alle ship an mir hinterher und wir fahren in die völlig falsche richtung ähm und also ich weiß nicht es ist halt außerdem weiß ich bin alt ja das thema hatten wir schon mal beim shooter ich habe halt auch einfach nicht mehr diese reaktionen um da irgendwas reißen zu können großartig also entweder stellst du dich gerade in die monsterwelle rein dann macht sie relativ wenig schaden oder du fährst um sie herum versuchst außen rum zu kommen eins von beiden ich weiß es nicht michael du willst ja nun was mit mir zocken ja was und ich bin mir da ich bin was kann gut sein hast du das spiel schon hast du das spiel schon hast du schon gespielt gibt es da eine demo wie why not bist du das oh du willst mich doch pfiffen der nimmt mich doch schon wieder hoch J sag mir jetzt ob du das bist bist du das oder hängt da immer noch hellbleibers 2 nach oder hängt da immer noch hellbleibers 2 nach lässt sich doch abstellen was lässt sich abstellen rein theoretisch bist du ja der müsstest du als griffeneck nimmst der wird schon merken dass es bei uns stinken langweilig ist und sich von alleine verpinkeln wir brauchen keine franzosen ich kann nämlich auch hier mal einen schuss vor dem buch setzen klassisch ich verstehe das jahr nein er versteht es nicht also mit dieser schale ist das surfen auf den wellen ja das ist also ich kann dir sagen als ich das erste mal hierüber gefallen gefahren bin war ich irgendwie mit einem level acht schiff unterwegs und dort war bin ich schon kommen da bin ich schon es klappt zweimal hat mich erwischt aber diese monster wellen diese bösen sehr schön schön umfahren was rammst du mich das sind für welche das hier ist ein welt ereignis das ist die koloniale lieferung die kann man zerstören also die sind hart und jetzt auch aggro und da gibt es dann halt besondere items und so die geben halt aber auch viel ruhe werden aber auch nicht so einfach zu versenken da braucht man relativ lange wobei wenn wenn der wild aktiv dabei ist kann man das schon wenn du dich einfach ein bisschen zurückhältst könnte das machbar sein wobei ich auch nicht weiß wie viel Zeit wir noch machen weil das ganze läuft noch Zeit ja ich weiß dass das händler das wird gehypt ohne ende genau wie hier ja genau wie pal world und das andere unschroudet wird auch gehypt ohne ende und hat millionen an spielern und alle finden super und ich weiß halt nicht ob mir das dann zusagt ich warte da immer noch so ein bisschen ab falls mir dann auch einfach ein bisschen zu teuer ist da von Anfang an einzusteigen um dann festzustellen dass das spiel halt nichts für mich ist und ich fürchte halt einfach wenn du wenn ich jetzt so an meine rühmlichen AMA Ausflüge mit dir mich erinnere so da war ich auch nur da hab ich auch nichts getroffen also weiß ich nicht ob Shooter so das ist ähm was ich mir antun muss ehrlicherweise mein überleg dir mal du hast mehr bei AMA getroffen als ich das will schon das äh hat mich schwer gekränkt und schon wieder geplatzt oder schwimmen sogar Leichen im Wasser das ist mir vorher noch gar nicht aufgefallen ja ich glaube Tamian wir fahren einfach weiter damit wir da ankommen und der why not der kümmert sich da um die und die anderen Schiffe du hast da glaube ich was am Hintern kann das sein jaaa aber das das geht auch nicht weg bin ich mir sicher das will mich gar nicht doch doch der will dich so wie der hinter dir her fährt will der dich oh in diesem in diesem Wellengang ist das Schießen gar nicht so gar nicht so simpel hier so sehr gut wo bist du dahin Gott du fährst einfach mal weiter du fährst einfach mal weiter ich seh dich gar nicht ehrlich ich seh dich zwar in der Anzeige aber ich seh dich jetzt hier auf dem Wasser seh ich dich nicht noch dahin bist du das jaaa das bist du 1100 Meter das kleine Ding da auf den Ellen da hoch also dieser why not ist schon seltsam der hört uns hier noch bestimmt zu warum hab ich denn ach verdammte Axt fahr du mal weiter ich muss noch mal drehen warum was hast du vergessen ich hab vergessen meine Sachen einzusammeln oh ich hab nichts mehr nichts mehr im Laderaum und kein Futter mehr und keine Kokosnüsse und was möchtest du mir damit sagen Schatz Feierabend war heute möchte sie sagen es ist 21.50 Uhr du musst ins Bett wahrscheinlich würde ich tippen so bin ich jetzt noch richtig weil meine Markierungen sind irgendwie zwischen 5 Stunden die Orangen ist deine ok das heißt ich muss irgendwie um diese Insel hier drumherum ja genau da kann es ja auch jetzt habe ich meine Sachen aber Michael du kannst mir gerne was vorschlagen außer jetzt vielleicht ein Shooter ich bin ja grundsätzlich ähm ja da hast du recht Max ähm ich bin ja grundsätzlich offen oder wenn jemand anders eine Idee hat grundsätzlich bin ich offen solange es jetzt kein äh super reaktionsfreudiger Shooter ist ähm bin ich für alles zu haben muss noch nicht mal mit Schiffen sein wär schön aber muss nicht wo ist er denn? wo bin ich? naja ah ich seh nicht warte warte jetzt müssen wir hier auf der auf dem Kompass ich kann aber auch keine Kurve fahren irgendwie weil ich hier auf der Welle festhänge das nächste Mal wenn du mich dazu einlädst mit einem kleinen Schiff die hoffene See zu überqueren und das mit Nein sagen du hast das doch schon geschafft das ist anstrengend du hast das doch schon geschafft ja 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 und hier ist alles groß und böse und akku ähm world of warships ja das kann man auch als Gruppe zusammen spielen ähm da ist der Michael der absolute Pro drin ich weiß gar nicht ob er das noch spielt Michael spielst du das noch? also sagen wir mal so ich habe ihn schon lange nicht mehr drin gesehen ach du spielst das auch? um Gottes Willen ich sehe Synergien ja lange 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 Zeit aktiv äh schon schon länger nicht mehr aktiv ähm es ist sag ich mal die 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 letzten paar Veränderungen in dem Spiel haben mich dazu bewogen zu sagen misst der wat? macht euren Scheiß alleine ja der Max spielts auch naja super gucke mal an dann äh könnte man das ja vielleicht irgendwann auch mal ins Auge fassen ich möchte immer noch wissen wer das ist der guckt uns bestimmt zu der muss uns zu gucken weil der fährt mir hinterher ich meine so hartnäckig kann der ja auch nach hinten gucken nach vorne fahren ist schon immer schlecht das kann ja wohl nicht wahr sein warum fährt der mir denn immer hinterher geh doch mal weg vielleicht ist es auch der Mark dem traue ich das auch zu stalker michael ich kann es dir nicht sagen was bist du denn zum Teufel lass mich hier hoch ich will dir doch ausweichen verpiss dich du Arsch ja vielleicht will er mir helfen das ist ja schön aber es ist schon also in real life wäre das extrem creepy wenn einfach bei dir auf der Straße jemand an dir vorbeiläuft sich dann bei dir einragt und mit dir mit läuft so ohne Sinn und Verstand wo ist er denn ach Gott du bist ja wirklich langsam Tamian du kommst ja gar nicht von dir ja ich werde dir auch dauerhaft beschossen ähm also was wir auf jeden Fall noch machen können ähm was machst du gerade hä michael du redest verwirrt was machst du gerade und was machst du seit einem halben Jahr nicht mehr ähm wir können auf jeden Fall musste ich mich mal irgendwo eine Schatztruhe ausbuddeln war da nicht was? ihr wart so danach irgendwas war da irgendwas war da was kann das sein? segel der heran wir haben unser Deck Kapitän nicht nicht was war denn das letzte was wir gemacht haben hb kann ich mich erinnern ich kann mich noch auf euren upstream verniekt Oh, das verwirrt mich gerade ein bisschen, alles. Michael, vielleicht... Also, nochmal die Frage, was machst du gerade und was machst du seit einem halben Jahr nicht mehr? Das habe ich... Verstehe ich nicht. Freeman's Schatz, genau. Ja, jetzt bin ich wieder hier auf Kurs. Vielleicht schreibst du einfach mal einen ganzen Satz dahin. Dann kann ich auch mehr mit anfangen. Und es gibt Kandy, genau. An einem Hammer. Das können wir auf jeden Fall noch machen. Ich glaube, da hat der Tamian auch nichts dagegen, weil du kannst dich ja dann porten. Ich habe gar nichts gegeben, was... Du kannst dich ja nach Hause porten, weil ich glaube, die Gegner hier sind, obwohl, wenn du das neue Schiff hast, kann es durchaus sein. Ja gut, das neue Schiff macht ja nur ein bisschen was aus. Ich muss gucken, dass ich dann... Das ist ja kein Problem. Hä? Nein, wir hören noch nicht auf. Was? Delay? Ja, ich habe ein bisschen Delay. Also, okay. Fang an. Ich höre dir zu. Ich lese mit. Du spielst jetzt gerade World of Warships. Okay, habe ich verstanden. Jetzt in diesem Moment. Während du hier im Livestream sitzt... Das hast du... Das hast du... Ja, die Gründe kenne ich. Gut. Alles klar. Hättest du denn dann Lust... Wenn man sagt, okay, man trifft sich hier... Wenn der Tamian auch Lust hat. Und der Max Lust hat. Dann lade ich es mir halt runter. Ich habe das ja auch mal kurz gespielt. Dass man da eine kleine Runde dreht. Ach Schatzi, alles gut. Wer modzt denn da hinten so rum? Ich kann sie hören. Ja, ja. Meine Frau tut sich gerade wieder sehr ausladend über World of Warships aus. Das ist Schiffe versenken für Erwachsene, genau. Ja, es ist der Holländer unter den Spielen. Habe ich auch kapiert. Ich möchte nur erwähnen, dass wenn ich sie höre, sie jeder hört. Ja. Gott. Das ist ja gut. Das weiß sie jetzt auch. Ich wusste das vorher schon, ich kenne deine Mikrofon anstehen. So. Ähm. Ja. Also. Wie gesagt, wir können uns da gerne alle mal irgendwie vielleicht auch auf dem Discord vernetzen, verknüpfen, verdaddeln und einen Termin ausmachen. Dann können wir das gerne zusammen machen. Gar kein Ding. So. Jetzt. Der Tamian organisiert sich da seinen Bauplan. Ist die Frage, wo ich den bekomme? So. Und jetzt sind wir genauso schlau wie vorher, weil ich muss nach Bukit Kandi und ich weiß nicht mehr, wo es ist. Ich möchte hier eine Suchfunktion auf der Karte. War das nicht hier oben irgendwo? So. Ich muss dann jetzt erstmal recherchieren, wo ich die ganzen Materialien überhaupt herbekomme. ähm, wenn du, wenn du den Bauplan verfolgst, da ist es, ich hab's gefunden. Ja. Und wenn du den Bauplan verfolgst, ähm, kriegst du das auf der Karte angezeigt. Also du hast den jetzt gekauft, du kannst den immer noch verfolgen. Du müsstest den sogar im Tagebuch haben. Oder du sagst mir einfach, was du brauchst. Weil ich hab so viel Krempel. Ähm, ja, kann ich machen. Sekunde. Ja, kann ich machen. Also, Michse brauchen. Eisenholzplanken, 18 Stück. Ja, warte mal. Ich geh mal hier zu meinem Lagerhausverwalter. Genau. Ich geh da jetzt weg. Ich muss aufs Lagerhaus zugreifen. Der Herr Werner ist schlau, er hat geschrieben, lass uns schippen und nicht lass uns schiffen. Das klingt nämlich nur wieder so nach Frauenkollektiv aufs Klo gehen. Also, Eisenholzplanken, Eisenholzplanken. Wo ist mein Holz? Hier. Eisenholz. Wacholder. Eisenholzplanken. Wie viel brauchst du? 18 Stück. 18 Stück. Krieg ich hin. Aber erstmal muss ich hier Platz machen. Wie immer. Mach das. So, also, wo sind sie? Eisenholzplanken. Nur so unter uns. Ich traue niemandem. So, was brauchst du noch? Äh, Stahlbaren, 15 Stück. Magnetit. Zink. Bronze. Stahlbaren. Welche Messer. Was noch? Nein, habe ich nicht. Äh, gutes China-Grasgewebe. 15 Stück. Wobei das eher nach was zum Rauchen klingt. China-Grasgewebe. Habe ich bestimmt auch. Aber. Leinenstoff. Manila-Hanf. Hanfstoff. China-Grasgewebe. Wie viel Stück? 15? Äh, 15. Jawohl. So. Dann brauche ich noch vier Shellac und vier Rosalpeter. Schellac. 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 Rosalpeter und Schellac. Schellac. Oh, da habe ich genau vier Stück. Das ist ja super. Rosalpeter. Wie viel? Auch vier? Auch vier. Jawohl. Ja, da habe ich alles. Du bist wahrscheinlich beim Schmied. Oder so. Beim Schiffsbauer. Beim Schiff, beim Schiffsbauer. Genau. Da ist der Schiffsbauer. Da ist der Schiffsbauer. Da steht er rum. Da wo das lila Vieh steht. So, also Bier kriegst du nicht. Muskat kriegst du nicht. Kupfer. Den Shellac kriegst du. Den Rosalpeter. China-Gras. Stahlwaren. Eisenholzplanken. Das war es, glaube ich. War es das? Ja, ich glaube. Nee. So. Müsst das sein, ne? 18, 15, 15, 4, 4. Sieht gut aus. So war. Happy Farming. Was will der Michael? Lass uns schippern. Da gibt es Stress. Also keine Anzüglichkeiten. Bezug nehmen auf Tamians Frauen. Meine Frau macht keine Anzüglichkeiten. Also ich habe tatsächlich so ein bisschen mit diesen Halbsätzen ein Problem. Oder der Konto, das geht einfach völlig an mir vorbei, weil ich nicht aufpasse. Was da so im Chat passiert. Worum geht es jetzt? Ich bin voll verwirrt. Also da wollen wir mal den Schatz heben. Eine Frau gegen die Welt of Warships. Achso. Wollen wir mal den Schatz heben. Den Freemans Schatz. Ich hoffe da ist jetzt was dabei. Das war falsch. Uki Kandi. Der Ort ist mit dem Symbol seines Schiffes markiert. Einem Hammer. Einem Hammer. Ach ja, der Hammer. Hatte ich den nicht schon gefunden, den Hammer? Mir war so danach. Dass ich den Mist hier schon gefunden habe. Und dann ist irgendwie alles abgekackt. Die Frage ist, wo war das? Können wir den Chat mal neu starten, damit die Verzögerung verschwindet? Kann man bestimmt. Bin ich mir ziemlich sicher, dass man das kann. Zugegebenermaßen habe ich keine Ahnung wie. Muss ich ehrlicherweise gestehen. Weil ich bin da jetzt nicht so der, wie sich da in die optimalen Einstellungen so einliest. Ich mach einfach an und dann läuft das. Hast du es gebaut? Ja, habe ich. Ich kann dir aber auch diese Kavalerine bauen. Ach nicht Kavalerine. Vollkanonen. Die habe ich alle. Bitte in den Säulengang. Das da. Ist das der Säulengang? Hier? Nichts die. Warte. Ich muss Bananen mitnehmen. Nichts die. Hier. Ist das der Säulengang? Sieht fast so aus. Durian. Ich bin im Säulengang. Oh, da ist eine Wimpsitz. Ne, in der Zeitung. Rubine im Tigercot. Da vorne links. Moment. Da vorne links. Moment. Toll. Da vorne links. Ich laufe da vorne links. Moment. Dieses links. Oder das andere links. Hier links. Oder da links. Durch den Säulengang durch. Hier wieder links. Oh, Mörzerbomben. Ja, ja. Wir sammeln alles ein. Uh. Wer ist da an mir vorbeigerannt? Why not? Ah, okay. Der folgt dir doch sehr treu. Ja, kommt schon seltsam, dass der mir so folgt. Ähm. Aber okay. Why not? Steht ja quasi auch in seinem Namen. Richtig. Okay. Das Schiff ist jetzt ausgerüstet. Also du musst mir nur sagen, wenn du... Ich kann dir... Du kannst gerne mal gucken, was für eine Vollkanone du benutzen kannst. Ob die besser sind. Da kann ich... Ich kann sie alle bauen. Von den normalen. Nicht die aufgewerteten. Okay. Die kann ich nicht bauen. Aber die normalen Vollkanonen kann ich bauen. Ich kann auch nach einer Panzerung gucken. Da kann ich auch ein paar bauen. Falls du überhaupt schon eine Panzerung hast. Äh. Ja, habe ich tatsächlich. Ach, ein Hammer. Wir suchen einen Hammer. Kiste mit Mörserbomben. Da kaufe ich doch mal welche. Weil ich habe ja jetzt Mörser gekriegt als Bestenbelohnung gehabt. Und den kann ich ja jetzt auch einsetzen. Ah. Das ist ja wunderbar. Da kann ich dir... Ähm. Ja. Ich kann dir auch Mörser bauen. Die Frage ist nur, ob sie dann leveltechnisch genutzt werden können. Äh. Leopold 2 glaube ich. Kann ich dir geben. Hammer, Hammer, Hammer. Wo ist der Hammer? Ist das ein Hammer? Ne. Sitzt der auf dem Hammer? Ne. Okay. War ich hier schon? Ja, hier war ich schon. War ich hier schon? Ja. Da hinten ist das Feuer. Äh. Warum gibt es hier keine Minimap, Mann? Das ist auch sowas, was mich ein bisschen ähm. Also wenn man hier so Schatzsuchen macht. Da kriegst du so gut wie überhaupt keinen Ruhm für. Wenn du eine normale Schatzkarte machst, die bringt einen Ruhm. Ist völlig sinnbefreit, das überhaupt zu machen. Und die Belohnungen sind auch Mist. So. Hammer, Hammer. Was suchen sie dort nach einer roten Ampel entlang des Docks? Wenn sie es gefunden haben, beginnen sie dort zu graben. Für den Abschluss der Quest erhalten sie dann die Belohnungen an den Docks. Was sind denn hier die Docks? Der Strand. Ist das der Strand? Strand, Strand, Strand. Ah. Kann ich ja lange suchen. Da ist auch ein Hammer. Ah, super. Wo gefällt mir das? So. Ja genau. Freemans verlorener Schatz habe ich auch noch. Aber der ist halt noch ganz am Anfang. Die habe ich erst vor kurzem freigeschaltet. Was hast du denn noch sonst an Nachforschungen? Moment, kann ich dir gleich sagen. An Nachforschungen habe ich hier. Ahoy Pirat. Seid gegrüßt. Äh, die Seite wenden. Der Vorhang ist aufgegangen, die Wolken verziehen sich und etwas Silber vom Schatz der Schradu kommt zum Vorschein. Ein gemeinsamer Kampf verbindet uns. Nehmt diese Schatzkiste als Belohnung für eure Mühen und stiftet weiter fleißig Unruhe auf See. Solltet ihr mich suchen, richtet den Blick gen Norden zur arabischen Halbinsel. Dort ruft das Abenteuer. Gebt uns die Freiheit oder gebt uns den Strick. Alles klar. Bin ich mal gespannt, was in dieser tollen Truhe drin ist. Ich hoffe etwas Gutes. Eisener Wille. Deko Scheiß. 10.000 Silber. Manila Hanfgewebe, zinkbare Wacholderplanken, Scheibenglas und Schraubengewinde. Wow. Naja. Der Weg ist ja das Ziel. Nicht das Ziel ist das Ziel. Richtig. Gleich mal in die Schriftverschönerung und gucken wie der aussieht hier. Toll. Ich muss jetzt noch rausfinden. Ja, ich höre dir zu. Ich muss jetzt noch rausfinden wie der Mörser funktioniert. Mit welcher Taste. Mit Q. Mit Q, okay. Okay. Ich muss Q gedrückt halten und dann wechselt die Ansicht so nach oben. Okay. Also ehrlicherweise finde ich ja diese Belohnung ein bisschen... Lächerlich? Ja. Danke. Ich hätte jetzt vulgärere Worte gewählt. Beschissen. Ähm. Bescheiden. Bescheuert. 10.000 Silber. Und ein Namensschild fürs Schiff. Juhu. Und dafür sind wir jetzt... Wie lange haben wir für Freemans Schatz gebraucht? Heute kann man ja eigentlich nicht dazu zählen. Also 10 Minuten von heute, 15 Minuten von heute und ansonsten... Viereinhalb, fast 5 Stunden. Für 10.000 Silber und ein Namensschild. Vielen Dank. Zönen Blumen. Ja. Bist du rausgefahren oder bist du hier wieder in einer... Äh. Im... Telok Kenyara. Nee, ich stehe noch hier... Ich... Ich stehe noch hier unten am... Ich bin noch nicht rausgefahren. Ich stehe noch unten am Kai. Am Kai? Am Kai. Am Kai. Am Kai. Am Kai. Ja, da vorne ist er. Ich sehe ihn. Da steht er rum. Äh... Hast du geguckt? Kannst du noch... Ähm... Kannst du hier noch äh... was brauchen an Waffen? Moment. Uh... Rein... Rein theoretisch müsste ich ja... Da das Ding ja ein Bomber ist, müsste ich mir ja tatsächlich Brandwaffen zulegen, um äh... Die Schiffsklasse effektiv ausreizen zu können. Ja... Der Leopold 2 Mörser ist auf jeden Fall eine Brandwaffe. Okay. Ich guck grad mal. Der Schmied zeigt mir das ja an. Ich guck gleich mal an Mörser. Was ich für den Leo 2 bräuchte. Zeugen von den Früchten der Beharrlichkeit. Strategisches Können in den Tücken. Ja. Was für Reichtümer? Siehste Max, die erste Frage ist doch... Solche Reichtümer zeugen von den Früchten der Beharrlichkeit. Ja. Für 10.000 Silber... Ganz ehrlich, da mach ich eine Kopfgeldjagd. Und hat fast genauso viel. Und die dauert 15 Minuten. Und wir rennen hier... Sagen wir einfach mal gnädigerweise... Gnädigerweise 4 Stunden... Durch die Landkarte. Okay, wir haben nicht immer sofort gewusst, wo wir hin müssen. Und wir mussten sehr viel Zeit damit aufwenden, die Punkte zu finden. Aber... Für 10.000 Silber... Und so ein beschissenes, bescheuertes... Und dazu noch hässliches Namensschild ab fürs Schiff. Ja, das können sie sich wirklich... Ähm... Das hat mit strategischem Können und Beharrlichkeit... Rein gar nichts zu tun. Das ist einfach nur... Verarschung. Entschuldigung. Also ich fühle mich da leicht verarscht. Wenn ich 5,5 Stunden meiner kostbaren Lebenszeit in die Lösung... Der beschissenen Rätsel stecke... Mit euch allen zusammen... Um dann am Ende ein Namensschild und 10.000 Silber zu kriegen... Und so ein paar Ressourcen... Bitte... Also... Ja, und wenn ich hier ein schweres Schiff farme... Kriege ich 8.000 Silbermünzen in den Arsch geschoben. Und hab Glück, vielleicht droppt da noch irgendeine legendäre Waffe. Ja, ja. Blödsinn ist das. Also... Jetzt, Tamian. Entschuldigung, ich musste kurz ausrasten. Alles gut. Wir haben dir... Wir haben dir lächelnd gelauscht. Ja, das finde ich da verarscht. So, Leopold 2 gemein. Du, ich verstehe das voll und ganz. Wie gesagt, ich habe ja gesehen, was dabei rausgekommen ist. Und... Ne... Nicht wirklich. So... Wieder da? Also... Leopold 2 brauche ich Halbsabschneider 1. Es wäre schön, wenn es irgendwo mal eine Übersicht über die Ränge gäbe. Das wäre was ganz tolles. Weil, wie gesagt... Warst du nicht Halbsabschneider? Ne, brigant bin ich immer noch. Immer noch brigant? Ja. Die Überfahrt hat ja punktetechnisch nicht viel gebracht. Achso, ja, stimmt. Ja, gute Frage. Ich bin Piratenfürst 22, wenn du es genau wissen willst. Ich habe schon keinen einzelnen Namen mehr. Ich habe nur eine fortlaufende Nummer. Ja, ich hoffe doch, dass die besser wird, Max. Ähm... Was kannst du denn benutzen? Sag mal so rum. Ähm... Ich könnte, wenn es jetzt zum Beispiel um die Vollkanonen ging. Da habe ich glaube ich schon geguckt. Wo waren sie? Die Vollkanonen. So, also die Brandvollkanone könnte ich verwenden. Warte. Die Reparatur, aber die brauche ich nicht. Äh... Du bist... Die Zweier ist genau die, die du bauen kannst. Okay. Ich kann hier... Ich kann hier... Ähm... Mein Menü springt gerade hoch und runter und ich weiß voll nicht warum. So. Also. Aufgewertet. Total. Hey, hey. Die kannst du nicht benutzen. Die Brandvollkanone. Die Zweier? Nein. Aber den Skrlox-Verfolger. Kannst du den benutzen? Den könnte ich benutzen. Macht sich fertig. Aber den kannst du noch nicht bauen. Ah, den muss ich nicht bauen. Den habe ich nämlich glaube ich. Irgendwo. Oder habe ich den verkauft? Kann auch sein, dass ich den verkauft habe, weil ich habe ausgemistet. Weil ich keinen Platz mehr hatte. Ja gut. Macht ja Sinn. Zamtzama? Macht ja Sinn. Zamtzama 2? Äh, Moment. Zamtzama 2. Das ist hier. Zamtzama? Aufgewerteten Halbkornonen. Brauche ich den Corsair 1. Den du nicht hast. Nehme ich an. Richtig. Okay. Was haben wir hier noch? Kalin... Kalinikos Flamme 2. Habe ich noch. Ballista 3. Das ist was für eine Waffenklasse? Keine Ahnung. Seefeuer. Seefeuer. Das sind hier hinten. Seefeuer. Und... Aufgewertetes Seefeuer. Was? Kalinikos Flamme. Was für eine Stufe? Zwei. Zwei. Dann brauche ich Halsabschneider. Also auch schon wieder. Ja. Also der Max hat hier auch gerade die Liste gepostet. Außenseiter. Vagabund. Seeräuber. Bukanier. Brigant. Marodeur. Corsair. Halsabschneider. Piratenfürst. Du bist Brigant. Und ich bin glaube ich... Ich bin Brigant, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Also irgendwo in der Mitte ungefähr. Eins. Zwei. Drei. Genau. Vier. Fünf. Das heißt, das nächste wird tatsächlich dann der Marodeur. Ja. Anrüstungen. Das heißt... Das heißt schlicht und ergreifend Farmen. Farmen. Also leveln, leveln, leveln. Das ist aber das, was ich ja gesagt habe. Ich muss noch leveln, um bei dir richtig zu sein. Das ist doch okay. Das ist doch okay. Das ist doch gar kein Ding. Äh, Panzerungen. Ich hab... Äh, Panzerungen. Sekunde. Muss ich... Gegenstände herstellen. Panzerungen. Kannst du die... Kawaka? Fortgeschrittenen Erste? Äh... Nein. Dafür brauche ich die Kosaren. Die Standard... Drittletzte? Die Standard... Drittletzte... Die überlagenden Schuppen... Ne... Love... Love... Laferesz... Laferesz-3 Laferesz-3 Laferesz- 2 Ne... Muss ich Halsaufschnitt zusammen. Die Halsaufschnittes vorm Piratenfürst. die überlagerten schuppen drei standard rüstungen zweite reihe zweiter die könnte ich tragen ja okay willst du die haben warte mal ich habe hier unglaublich noch was aber die kann ich dir bauen kann ich irgendwas mal bauen ist mir schon total mies weil ich hier jetzt steht er neben mir wer zur hölle ist das ich habe keine ahnung ja selbstverständlich ich will ja mit der handeln wo bist du dann direkt vor der verbeugt sich sogar von mir okay es gibt zwei möglichkeiten entweder ist es der max oder es ist der mark jetzt rennt er weg mag du sack wo ist er denn jetzt tamian aber ja ich sehe dich nicht du siehst mich nicht komisch was dieser gegenstand dieser gegenstand kann was so wenn du lustig bist kannst du mir dafür 500 silber geben dann habe ich nämlich dann habe ich nämlich meinen erfolg freigeschaltet ok muss nur gucken wie ich das mache handelsangebote muss einfach hier selber hinzufügen glaube ich ich weiß zwar nicht wie aber es geht so wie viel hast du gebraucht 500 brauche ich dann kriege ich den erfolg dafür bitteschön 500 silber hinzugefügt dankeschön so steht diejenigen annehmen ja hey kommt jetzt die meldung dann bitte bitte gib mir die meldung oder auch nicht was hat er denn hier für baupläne hallo hallo ja meine frau hat hat versucht mich gerade meine aufmerksamkeit auf etwas anderes das wäre aber toll wenn es so wäre na na ich weiß nicht wie youtube da reagiert mit schweinereien seefeuer 1 hat er könnte ich bauen calvarine 4 aber das kannst du wahrscheinlich alles nicht benutzen hier der ganze bullshitt wo ist der bein dort jetzt weggerannt also falls hier irgendjemand von den sieben zuschauern die ich jetzt aktuell hier sehe hier mitspielt er da du darfst ruhig dich melden wir beißen nicht hoffe ich ich würde die ersten corsair wenn gerne am mittwoch machen weil es 22 28 und morgen ist früh aufstehen angesagt und wenn ich jetzt damit anfangen sollen dann 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 finde ich kein äh 6 uhr 30 6 uhr 15 6 uhr 30 ja lach nicht gibt auch menschen die früher aufstehen müssen aber da sind sie selbst schuld wenn sie für die deutsche bahn arbeiten im auftrag der deutschen bahn im auftrag ja das ist dasselbe das ist dasselbe ich kann mich an einen doch 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 das ist schon dasselbe weil 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 ich kann mich an einen gemeinsamen arbeitgeber von uns erinnern ja und da haben wir auch nur im auftrag und nicht für gearbeitet ja aber wir haben uns schon wir haben uns schon wir haben uns aber schon sehr stark schon sehr stark mit diesen unternehmen identifiziert das ist richtig wie gesagt aber allerdings wie gesagt weil hätten wir für gearbeitet hätten wir wahrscheinlich weitaus mehr geld und weniger scherrereien gehabt macht nichts im nachhinein ist alles so eine verklärte schöne zeit ja gottes willen das auf jeden fall ja es war es war prägend auf die ein oder andere immer nur positiv sonst hätte ich euch alle gar nicht kennenlernen dürfen man muss das immer im nachhinein immer alles positiv sehen ich kann mich an sehr viele schöne grillfeste und besäufnisse erinnern so daran kann ich mich erinnern wenn du dich noch daran erinnern kannst dann war es nicht schön ich habe sogar letztens habe ich hier aufgeräumt und habe ein altes ein altes fotoalbum das ich zum abschied von der sandy bekommen habe mit ganz alten fotos bekommen habe ich gefunden da sind auch fotos dabei die da würde der michael wahrscheinlich mit den ohren schlagern wenn er sich den jungen sieht kann ich dir sagen da machen die haare nämlich noch nicht grau sondern schwarz schwarz wie die nacht alle gut aber dann würde ich sagen dann machen wir jetzt an dieser stelle schluss danke dass ihr dabei wart danke tamian wir sehen uns bestimmt beim nächsten mal nochmal vielen dank dass ich dabei sein durfte ansonsten darfst du auch jederzeit dich melden und dann wünsche ich einen schönen abend eine geruhsame nacht einen guten wochenstart bleibt tapfer und bis demnächst tschüssi 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 tschüssi